Hallo Leute! Herzlich Willkommen wieder bei der nächsten Folge von Remember Me! Und die hier sind irgendwie von Lobbara-Torren gefreut... hier? Ich glaube jetzt hier was hier. Irgendwie die Lobbara-Torren waren wieder befreit von... was? Von wie wir waren, sind ja sicher. Da! Nicht dort! Und die? Okay, gut. Ich habe heute in der letzten Folge gesagt, ich musste zweimal machen wegen Werbung. Das wollte ich nicht machen. Deswegen werde ich... Jeder weiß, was es hier vorne geht. Also diese Bilder zeigen uns, wo sind diese gelbe... Sind hier unten rechts so ein gelbe Ding. Das sind solche Sachen. Und wir müssen die Umgebung ziemlich erkennen, wo die Sachen sind. Hallo? Also das ist zivil... Solche Dinge sind, weil... Wo sind die denn alle? Die Sachen... Hier oben muss jemand sein. Genau. Am Anfang habe ich überhaupt nicht gewusst, was ist das für... und was soll ich da suchen? Das sind diese Päckchen, die hier sind hier unten. Unten... Set-Pack gefunden. Also Set-Pack, das ist die... Gesundheit... Oder da unten hat gestanden. Gesundheit-Pack. So. Und es gibt noch, glaube ich, Fokus auch dazu noch. Aber das wird hier später. Was Fokus drauf hat. Und jetzt... Wir werden... Kämpfer entscheiden. Zurück zum Spielen! Ich mach dich ab! Oh. Seht ihr, haben wir ja sehr viele Leben wegen dem... Dagger-Bastard! Ja... Und jetzt... Sie haben ja jetzt 5 Schilder-Kombo! Okay, gut! Und... Gut... Das... Weil... Jetzt... Diese Dinger... Jetzt unten haben wir ja so... Plus die... Diese Schläge... Gibt uns Leben! Ja, toll! Jo! Ist gut! Ja... Ich... Ich glaube wir... Wir... Schaffen uns... solche Counter-conomics zu machen... Also jetzt können wir Schaden machen, weil wir haben ja unser Leben ist schon voll. Ah scheiße, oh, wir schaffen noch. Jetzt, wir gewinnen gleich. So, jetzt weißt du wie die Kombos gehen, weil ich hab sehr viel nicht trainiert, aber weißt schon Bescheid wie die gehen. Je länger die Kombos sind, desto mehr Schaden können wir machen. Schaden oder mehr Leben bekommen kommt drauf. Und später gibt es noch bessere was. Ich werde allen nicht euch erzählen was gibt es da. Ich werde euch nicht das Spiel verderben. Aber das war wahrscheinlich ein Verständnis, dass da gibt es mehr Kombos. Oh, warte. Äh, ja gut. Immer wenn es hier zeigt die Vorder, dann sollte ich da vorne irgendwo sein. Also, lass schon schauen. Ich wollte schon lass beginnen. Ah. Ja, wie ihr seht, ein neuer Schlüssel, äh, ja bekommen, sagen wir so. Dass es immer ein Schlüssel ist, wie ihr seht, dass ihr könnt eigentlich Attacke freischalten. Zum Beispiel die, zack, zack, zack. Boom. Haben wir. Dazu heilen wir uns in dieser Kombo und machen wir ein bisschen Stimme. Und vier Schüssen haben wir in der Kombo. Äh, ja gut. Äh, manchmal muss man andere Pferde. Äh, ja gut. Das will ich nicht. Ah ja, da. Sie sind hier. Tada. Ist nach oben. Oh. Jetzt wird Yuck auch nicht. Sie wahrscheinlich wollen. Sie wollen wahrscheinlich, dass ich abhau. Was geht da oben? Keine Ahnung. Gut. Gib mir dein Gesicht. Dein Gesicht. Dein Gesicht. Ich hab mich verloren. Böses Kind. Ich habe gelogen. Ach. Ach. Die Frieden fressen mich. Alter, da schreit. Mehr Muskeln im Gehirn. Nein. 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 ja das heißt dass wenn der hat verbinden umgebung der sp stärker er kann mehr und wenn wir schlägen normalen gibt es ihm das gar nicht erst mal muss mir die andere sieben seht ihr wenn ich schläge der erschlägen und sovon wir machen ihn kein schack mehr ja wohl die libra greifen bürger an lieber waren bürger ja gut ich glaube dir los mach tommy erwartet dich im leaking brain so ein problem ist diesmal dass ich weiß genau wohin muss ich laufen ich habe schon erzählt dass ich das spiel schon zweit mal das erste mal habe ich nur so gemacht weil ich so geil dieses spiel mache ich immer noch bock den spiel schon eine zweite mal das ist woh woh ich habe das in ich habe ich habe es ist es ist es ist es ist es ist Okay, ja. Ey, geil. Geh über den schwimmenden Markt zu dem Lagerhaus da. Die Abkürzung zur Tommys Bar. Okay, mach ich. Äh, ja gut. Und jetzt? Gehen wir runter, oder? Mhm. Ja, das weiß ich nicht. Versuch's woanders. Keine Manieren mehr haben die Leute. Süß, aber ich hab's jetzt. So. Womit hast du dein Haar gebürstet? Mit einer Granate? Scheiße, Leute. Du interessierst mich nicht. So, guck. Hier ist noch was. Ah, die Fumanns. Äh, Neoparibier. Die haben wir jetzt bekommen. Äh, es gibt auch solche Versteckte, hab ich vergessen. Ich hab's schon gesagt. Warte, hier haben wir was. Juhu. Juhu. Sooo, wie war da? Ja. Glaub ich. Hm? Äh, was war das? Was war das? Äh. Oh. Also, ich bin gesucht. Wow. 1000. Äh, 3000. Gib mir eine Erinnerung, Mann. Ich nehme alles. Ich brauche einen Schuss. Den letzten. Dann höre ich auf. Dein Gewächtenes ist wackelig. Uns steht da als ein gebrauchter Cyborgasmus. Äh, geht. Ich bin kurz vor der Fragmentierens, Mann. Ich will mich einfach an was du was erinnern. Ich bin runtergefallen. LOL. Ich geh nicht nur und gu- na. Scheine nicht. Achso, auf andere Seite sehe ich jetzt. Ah. Nette Abkürzung Edge. Ja, eh mal hin. Bist du immer noch nicht dort? Ja gut, was soll ich jetzt machen, achso, es ist Zeit, okay, um gut zu wissen, warten wir erst mal, Achtung, jetzt springen, jetzt können wir ja ein bisschen, na na, ja, okay, so, und Ruta, okay Hmm, zurück geht nicht mehr Okay, oh, weh Yay Nach oben, nach oben, äh, ah, nochmal nach oben, okay Je höher, desto besser, sieht besser aus Endlich, das Leaking Brain Hmm, Leaking Brain Oh Aha Da muss man wahrscheinlich nicht gehen, aber irgendwo ist noch so ein Ding, ah ja, hier, 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 yay, sieht sie ja, lieber mehr Noch fünf Stück Ein bisschen schrill, das Outfit, du siehst genauso verloren aus, wie ich Was du tust, wirklich, aber ich, also, aber du bist nicht mein Typ Hey, unterść, wie er zwei Boi auf, wie ich bin, ich habeIA, ich bin, ich habe Ach, ver評表 бизнес staten hinweg Nam So, kann ich gigs, aber ich versuche meinen unevenen 없다, weil die deutschen cobren, du siehst, ist es nicht gefallen Das ist sehr viel, als ich sage, GTA